moin sind liebe youtuber herzlich willkommen zu meinem kanal ja was habe ich mir geholt ich habe mir doom analysation habe ich mir geholt für 10 euro finde das cover das sieht schon mega nice aus mit einer lauflänge von 93 minuten von universal hier mit der disk dabei bin ich mal drauf gespannt dann haben wir hier ein unmoralisches angebot mit robert redford dem nur und wo die helfen für 5 99 112 minuten und von was von mir heißt er keine ahnung für für ein ave maria auch für 599 mit mit bud spencer und terence hill und dann haben wir hier noch mit konne forell und jamie fox maria weiß für 5 99 dann mir zwei disney filme einmal aladdin und einmal könig der löwen in der neu auflage mal gucken wie die filme so sind ich bin gespannt haut rein bleibt gesund euer flohmarkt master